Und ohne Witz jetzt, das, was ihr da gebracht habt in dem Video, das tut weh. Es ist so, so schlecht. Ja, eigentlich, ich habe das bis zu dieser Stelle eigentlich abspielen lassen. Das heißt, wir brauchen es jetzt nicht nochmal angucken, diese Stelle. Jetzt wird Paulus und Jesuslehre nochmal verglichen, wird gesagt, was Paulus nicht erwähnt. Zum einen erwähnt er nicht die Jungfrauengeburt, die ja bestätigt ist im Koran. Ich nehme an, dass deshalb das dem Sertag so wichtig ist. Auch, dass er von Johannes getauft wurde. Warum ihm das so wichtig ist, ich vermute, weil es vermeintlich Jesus Menschlichkeit zeigt. Also deshalb ist ihm, das wird vorab, das kommt jetzt in diesem Ausschnitt, den wir gesehen haben, nicht mit vor, aber in dem Videoteil vorab, in der ersten Stunde wird es quasi gezeigt, dass er der Meinung ist, dass diese Taufe durch Johannes zeigt, dass Jesus einfach niedriger ist als Johannes. Mensch ist nur. Deshalb vermute ich, dass ihm das so wichtig ist. Dann wird über Gottes Königreich geredet, weiß nicht, warum ihm das wichtig ist. Und dass Jesus Wunder vollbracht hat, Dämonen ausgetrieben hat und so weiter. Natürlich ist ihm das auch wichtig, weil es ja der Koran bestätigt. Und deshalb wird gehofft, dass an dieser Stelle natürlich die Lehre, oder wird gesagt, diese Dinge, die den Koran bestätigen würden, dass das quasi der Paulus nicht erwähnt. Die Frage ist jetzt, was bedeutet denn erstmal nicht erwähnen? Heißt nicht erwähnen, dass Paulus das ablehnt oder dass er es nicht betont? Also, ich kann euch garantieren, ich hatte in meinen Livestreams jetzt heute der zehnte Livestream ersten Mal. Vielen Dank nochmal an alle Zuschauer, die jetzt heute da sind. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt mich schon zehnmal ertragen. Also zumindest Community-Live-Chats, so muss ich sagen, zehn Stück. Und ich habe während dieser Live-Chats viele, viele Dinge gesagt, aber ich habe garantiert auch viele Dinge, die die Bibel bringt und sagt und lehrt, nicht gesagt. Garantiert, aber das heißt nicht, dass ich es ablehne, sondern das ist nur bisher in dem Kontext, in dem ich bisher gesprochen habe, dass ich es nicht betont habe, nicht ausdrücklich erwähnt habe. Andersrum müsste man dann vielleicht besser fragen, nenne mir eine biblische Lehre, die Paulus explizit ablehnt. Sagt mir ein was, was Jesus bringt als Lehre, was Paulus sagt, nö. Glaube ich nicht, sehe ich nicht so. Was lehnt Paulus explizit ab? Und da werdet ihr wie viele finden? Liebe Muslime, ihr ahnt es schon. Null. Die Jungfragengeburt, die Paulus jetzt hier, die Paulus, sage ich schon, die Sertats hier anbringt, vielleicht gehe ich jetzt über diese Punkte ein bisschen schneller. Also man muss ja sagen, Paulus spricht an einer Stelle, also er bringt es nicht ganz explizit, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Obwohl er das mit Sicherheit, so sieht man hier aus diesem Zitat eigentlich schon, zumindest implizit trotzdem der Meinung ist. Denn als die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn, also Gott sandte seinen Sohn. Und wie ist er dann auf die Welt gekommen? Er wurde von einer Frau geboren. Also hier steht jetzt nicht, dass es eine Jungfrau war, aber es steht auch nicht, dass diese Frau verheiratet war und es ist seltsam einfach zu sagen, er wurde von einer Frau geboren. Ja, wer wurde denn nicht von einer Frau geboren? Also hier zeigt es, dass Jesus einerseits von Gott stammt und andererseits von einer Frau und ohne Mann. Also das ist hier implizit trotzdem die Jungfrauengeburt im Hinterkopf. Und ja, auch übrigens der Lukas, der mit Jesus, mit Petrus, Entschuldigung, der Lukas, jetzt wird mein Gehirn langsam müde, ich muss wieder was Süßes essen. Und der Lukas, der mit Paulus unterwegs war, der berichtet ja von der Jungfrauengeburt absolut deutlich. Und dass der Paulus dann andere Meinung war, äußerst unwahrscheinlich. Der war ja ein Mitarbeiter des Paulus. Zweitens, getauft von Johannes. Warum ist dem Sertatsch dieses Getauft von Johannes so wichtig? Da frage ich mal, was war denn der wichtige Punkt bei der Taufe des Johannes? War das wirklich, dass Jesus jetzt zu Johannes kommt und sich taufen lässt? War das der wichtige Punkt? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, wenn wir uns jetzt gleich den Text nochmal angucken, wer ist denn größer, Johannes oder ist Jesus größer? Wer ist größer, Johannes oder Jesus? Sertatsch versucht, und das ist ihm wichtig bei dieser ganzen Argumentation, zu zeigen, Johannes ist größer als Jesus. Aber was passiert denn, als Jesus zu Johannes kommt? Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen, also sich nämlich taufen zu lassen, und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Also, Johannes macht erstmal klar deutlich, hey, hier läuft doch was schief. Ich müsste von dir getauft werden. Das sagt Zertatsch mal extra, dass der, der getauft wird, niedrig ist, als der, der tauft. Und das sieht Johannes wahrscheinlich ähnlich an dieser Stelle und sagt, hey, das geht ja nicht. Und andersrum wäre es nötig. Also, Johannes sagt ja, Jesus, du bist doch größer. Aber Jesus sagt, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Also, Jesus sagt nicht, ja, du hast recht. Oder er sagt, ja, du hast recht. Also, implizit, er sagt nicht, nein, 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 ich bin viel niedriger und du musst mich taufen, sondern er sagt, ja, du hast im Prinzip recht. Aber wir müssen jetzt trotzdem das machen. Da fügte sich Johannes. Also, er hat dann nachgegeben, aber nur, weil Jesus das quasi befohlen hat und gesagt hat, hey, wir machen das jetzt. Und dann, was passiert dann? Er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und das ist übrigens jetzt auch ein Grund, warum Muslime diesen Text niemals vollständig zitieren werden. Denn was dann kommt, sie lieben das zu sagen, ja, guck mal, Jesus ist doch von Johannes getauft worden. Ja, dann liest doch mal den Text bis zum Schluss, lieber Zertatsch. Da heißt es dann, dass eine Stimme vom Himmel kommt und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Dann liest er den Text mal bis zu Ende. Und was lernst du denn dann über Jesus? Dass Jesus Gottes lieber Sohn ist und es hat Gott selbst gesagt. Warum wollte er übrigens eine Aussage von Jesus, dass er sagt, ich bin Gottes Sohn, ist es euch nicht genug, wenn Gott sagt, hey, das ist mein lieber Sohn? Akzeptiert ihr mehr die Worte von Jesus, als er die Worte Gottes akzeptiert? Warum wollt ihr ausdrücklich eine Aussage von Jesus selber? Der sagt, und zwar möglichst in diesen Worten, ich bin Gottes Sohn. Hier steht es doch, Gott sagt, das ist mein lieber Sohn. Und über diesen Ausdruck, was Gottes Gerechtigkeit fordert, da muss man jetzt nochmal verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Da kommen wir gleich nochmal hin. Aber auch hier bei Markus, wo ja gesagt wird, Markus, das ist das, zumindest laut Zertatsch, das erste Evangelium. Und er weiß das offensichtlich. Er fragt auch noch den Harun, der weiß es dann auch, wenn ihr euch den Stream anguckt. Also die beiden wissen mehr als, mehr und genauer als die Gelehrten das wissen. Und widersprechen auch den historischen Quellen. Aber egal. Der Jesus, der heißt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und auch, dass er der Herr ist. Und hier steht für Herr auch wieder, das Zitat, wo das herkommt, das stammt nämlich aus Malachi und aus Jesaja und zeigt, dass Jesus der Herr ist im Sinne von, da steht der Gottesname bei Jesaja. Also, Jesus ist Jahwe. Und der Johannes, der war nur der Wegbereiter für den Herrn, für Jahwe, war er der Wegbereiter. Und das zeigt ja schon mal einiges. Und zeigt doch schon, wer höher ist, oder? Johannes bereitet den Weg für Gott. Also hier, Jesus Christus, der Sohn Gottes ist der Herr. Und Johannes, der Teufel, ist der Vorbote und Wegbereiter. Lieber Sertatsch, was du versuchst zu argumentieren und zu zeigen, es stimmt nicht. Und wenn du auch nur den Text mal lesen würdest, wenn du selbst mal die Bibel aufschlagen würdest, und dann lesen, was da steht, und das bis zum Ende lesen, dann merkst du es doch. Es ist nicht so kompliziert, dass du es nicht verstehen kannst. Und wenn du keine Bibel hast, sag mir, gib mir eine Adresse oder gib mir irgendwas. Melde dich bei mir. Ich schicke dir, ich sorge dafür, dass du eine Bibel kriegst. Und wenn du eine zu komplizierte Bibel hast, dann versuche ich dir, eine leicht lesbare Bibel zu schenken. Bitte, bitte, du musst Bibel lesen. Dann passieren ja solche Sachen nicht mehr. Wenn du nur die Bibel aufschlagen würdest, würdest du solche Fehler nicht mehr machen. Aber dann heißt es, bevor er auftragt, predigte Johannes. Und nach mir kommt der Erwartete und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Also hier wird auch nochmal gesagt, dass ausdrücklich, dass Johannes ganz klar wusste, dass Jesus größer ist als er selbst. Und das ist jetzt hier eine Stelle aus Apostelgeschichte 14, aus dieser Predigt, die wir vorhin angeschaut hatten. Das ist das, was Paulus sagt und es deckt sich absolut mit dem, was Johannes der Täufer selbst gesagt hat. Er zitiert sogar das, was Johannes gesagt hat, wörtlich. Johannes der Täufer ist Jesus Wegbereiter und Jesus ist ihm weit überlegen. Das wird hier gläutig. Also der Paulus hat es gut verstanden. Hat gut verstanden, was Johannes gesagt hat, was die Evangelien lernen. Das hat Johannes, das hat Paulus bestens verstanden. Anders als Zertatsch. Und was hier übrigens passiert, da geht es bei der Taufe von Jesus, da geht es nicht darum zu zeigen, dass Jesus niedriger ist. Wie gesagt, da verwehrt sich der Johannes ja selbst dagegen. Sondern da geht es darum, dass die Gerechtigkeit erfüllt wird. Ja, was ist denn ja hier gemeint? Und da habe ich euch ein kleines Zitat aus der Companion Bible. Alle Gerechtigkeit oder jeder Anspruch der gerechten Pflicht. Dies war die Salbung des Messias. Also hier geht es darum, dass das, was nötig ist, an Dingen, die Jesus erfüllen muss, um dem Gesetz Genüge zu tun, dass zum Beispiel ein Priester gesalbt sein muss. Und Jesus wird ja, soll ja der hohe Priester für uns sein. Jesus soll der Priester für uns sein. Und ein Priester muss aber gesalbt werden. Und die Salbung funktioniert so, dass erst gibt es eine Waschung oder ein Untertauchen, je nachdem. Und dann wird gesalbt. Also die Salbung ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Also erst Wasser und dann Geist. Und was passiert bei Johannes bei der Taufe? Jesus kriegt erst das Wasser, dann den Geist. Aber eigentlich kann eine, so eine Priesterweihe nur durch einen Priester geschehen. Und jetzt guckt mal, aus was für einer Familie der Johannes kommt. Aus einer Priesterfamilie. Also, es ist die Salbung des Messias zum Priester. Die Taufe durch Johannes und die Salbung durch den Geist ist Jesus' Einsetzung als Priester. Weshalb übrigens auch in Matthäus 21, 23 bis 27, wo Jesus da mal gefragt wird, mit was für einer Autorität tust du das ja? Du willst ja den Tempel reinigen, hast du dazu überhaupt die Vollmacht? Weil den Tempel reinigen darf eigentlich gar keiner, außer ein Priester. Und hier fragt Jesus, ja gut, die Taufe von Johannes, war die jetzt von Gott oder von Menschen? Und Daniel nimmt also auf diese Taufe hier Bezug, um zu zeigen, ich bin Geweihter Priester. Ja, dann drittens, das Königreich Gottes. Paulus spricht nicht über das Königreich Gottes. Also, in über einem Dutzend Stellen spricht, wie hier zum Beispiel in Epheser 5, Vers 5, im ewigen Reich, also Basilea, Königreich, von Christus und Gott. Also, hier wird offensichtlich drüber gelehrt und auch in einem Dutzend weiterer Stellen steht dieses Basilea in diesem Zusammenhang, dass es von Gottes Reich spricht bei Paulus. Also, wie kommst du drauf, lieber Sertatsch, dass Jesus nicht über Gottes Königreich spricht? Wo nimmst du das her? Wo stammt deine Unwissen her? Viertens, Jesus spricht nicht davon, dass Jesus Wunder vollbracht hat und Dämonen ausgetrieben hat. Also, zum einen würde ich, wie gesagt, sagen, wir haben nur einen Ausschnitt aus den Predigten, von Paulus, aber was wir auf jeden Fall haben, dass Petrus, der lehrt das nicht nur, dass Jesus Dämonen austreibt, Jesus, Petrus lebt das, nämlich, was macht er? Im Namen von Jesus Christus beschädigt ihr, verlass diese Frau. Also, der sagt nicht nur, ja, ja, Jesus hat halt der Name von Jesus, der vertreibt oder Jesus Christus selbst, vertreibt Dämonen oder hat Dämonen vertrieben, sondern er selbst im Auftrag, mit dem Namen von Jesus, treibt Dämonen aus. Nochmal, nicht in seiner eigenen Vollmacht, sondern in der Vollmacht von Jesus. Er lehrt das nicht nur, er lebt das. Und in diesem Augenblick verließ er sie, also auch hier wieder die Bestätigung von Jesus selbst und Jesus hat mal gesagt, lass ihn doch, also überein, der eben auch Dämonen ausgetrieben hat, mit Jesus Namen, denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Also, Jesus hätte Paulus vollkommen akzeptiert, selbst wenn die beiden sich getroffen hätten, schon allein von dem, dass Paulus Jesus Namen benutzt, um Dämonen auszutreiben. Also, jetzt überspringe ich das mal, wir sind schon spät dran, wundervoll pracht, Dämonen ausgetrieben. Ich frage mich nur, ja, wir haben begrenzte Informationen über Paulus Lehre, aber, das überspringe ich jetzt vielleicht auch mal ein paar, wie kommt, diesen zweiten Punkt hier überspringe ich mal, aber, die unglücklichen Beispiele, die du bringst, Herr Touch, ist das wirklich einfach nur massives Unwissen oder steckt da mehr dahinter? Und das sind wirklich echt unglückliche Beispiele. Also, Dinge zu finden, die Paulus nicht erwähnt über Jesus, das mag es geben. Es gibt noch viele Sachen, die Paulus nicht, zumindest von dem, was wir über ihn überliefert wissen, nicht erwähnt. Zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Wäre ein gutes Argument gewesen für die Messianität von Jesus. Oder, dass die Weisen kommen. Wäre ein gutes Argument zu zeigen, hey, guck mal, da kommen sogar die Heiden, die Iraner kommen und beten Jesus an. Gott sei Dank machen es die jetzt auch wieder und viele Iraner kommen zu Jesus. Der Berg der Verwandlung, wo auch Gott selbst zu Jesus spricht und sagt, oder über Jesus spricht und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Super Argument wäre das gewesen für den Paulus. Der Petrus bringt es, der Paulus bringt es nicht. Das könnte man alles vorbringen, aber das sind natürlich Punkte, die dir nicht gefallen und deshalb wirst du wahrscheinlich das nicht bringen. Aber, ja, es gibt Dinge, die Paulus vielleicht nicht bringt. Wie gesagt, ich bringe auch in meinem Stream nicht jeden Punkt, den ich glaube aus der Bibel, je nachdem auch, wie der Kontext ist. Und, wenn wir alles, was wir an Paulus Lehre zusammenballen und dann vorlesen, dann würden wir vielleicht auch fünf Stunden kommen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen mehr. Lass es acht Stunden sein. Also ich habe auf jeden Fall schon mehr Streamzeit, als Paulus Überlieferung in der Bibel ist. Und trotzdem gibt es Sachen, die ich auch noch nicht genannt habe. Was erwartet ihr von dem armen Paulus? Was der in seinen Briefen, die sind ja schon komprimiert und dicht. Was soll er noch alles reinbringen? Also, aber das, was wichtig ist, und wie gesagt, vielleicht bringe ich den Punkt doch, ich würde auch davon ausgehen, dass Paulus das Evangelium voraussetzt, wie man eben auch in 1. Timotheus 5, Vers 18 sehen, mit dem Verweis auf Lukas 10, Vers 7, was wir vorhin schon mal gesehen hatten. Also, Paulus, würde ich eher davon ausgehen, dass er davon klar ausgeht, die Menschen, die kennen das Evangelium. Jetzt frage ich mich, lieber Sertatsch, was sind die Kriterien für deine Auswahl? Vielleicht das islamische Narrativ, dass es einfach in eure Erzählung reinpasst? Deshalb möchte ich dich fragen, möchte ich euch fragen, lieber Harun, lieber Sertatsch, warum wählst du aus, was dir gerade passt? Warum lässt du aus, was das Kartenhaus des Islam zerstören würde? Warum lässt du solche Dinge weg, wie das Jesus Gottes Sohn ist? Und dass sowohl Jesus das bestätigt, als auch das Alte Testament das bestätigt, als auch Paulus das bestätigt? Dass Vergebung bei Jesus ist, dass Jesus Leben schenkt, warum lässt du all diese Dinge weg? Die wären wunderbar, um zu zeigen, dass der Islam falsch ist. Warum lässt du die einfach weg? Und während von jedem Aspekt der Schrift, den ihr erwähnt, sei es bei Jesus, sei es auch im Alten Testament oder sei es auch bei Paulus, wird alles bestätigt. Da frage ich mich wirklich, ist deine Vorbereitung schlampig oder bewusst täuschend? Ich weiß es nicht. Bitte sag es mir. Und wie schaffst du es, das ist eigentlich noch das Erstaunliche, wie schaffst du es mit praktisch so gut wie jeder Aussage daneben zu greifen? Mit Ausnahme davon, dass du korrekt sagst, dass Petrus, also das Paulus, auf Auferstehung und Tod und Auferstehung, Kreuzestod und Auferstehung, den Fokus legt. Was ja bei Paulus genauso und bei Petrus genauso und auch in den Evangelien genauso der Schwerpunkt und der Höhepunkt der Lehre ist. Das sagst du richtig, aber das widerlegt ja gerade euren Punkt. Das beweist ja gerade, dass Paulus und Petrus und Jesus auf einer Linie liegen. Übrigens, lieber Sertatsch, wenn du noch weitere Punkte brauchst, ich habe hier dreimal sieben weitere Punkte. Ich dachte, sieben Punkte ist gut, du hast sieben Punkte, obwohl es waren ja nur sechs, aber ich habe jetzt echte sieben Punkte und aller guten Dinge sind drei, dreimal sieben weitere Punkte. Die, das Schwarze ist immer da, was der Punkt ist und wo es in den Evangelien unter anderem vorkommt und das Grüne ist, wo ihr es nachlesen könnt, bei Paulus. Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist der Christus, also der Messias. Johannes der Täufer war der Wegbereiter für Jesus. Jesus steht weit über Johannes dem Täufer. Jesus vergibt Sünden. Jesus gibt ewiges Leben. Das sind die ersten sieben, die ich dir zeigen möchte. Schau es nach. Es sind sieben Punkte, die kommen sowohl bei Jesus vor, als auch, dass sie von Paulus wiederholt werden. Dann gucken wir die nächsten an. In Jesus wird Gott Mensch. Jesus ist der Sohn Gottes. Durch oder in Jesus kam die Gnade, die auch der, gegen die der Harun dann auch noch wettert. Irgendwie mag er die Gnade nicht. Aber ich finde die Gnade genial. Und sowohl das Evangelium als auch Paulus bestätigen, sowohl die Lehre von Jesus als auch die Lehre von Paulus zeigen, ja, durch Jesus kam die Gnade. Durch ihn und in ihm erkennen wir Gottes Wesen. Jesus ist Gottes Opferlamm. Und wir sollen auch Jesus nachfolgen. Und Jesus ist der König. Und nochmal drei, nochmal das dritte Mal sieben weitere Punkte. Jesus ist der Gottesknecht aus Jesaja. Jesus ist der Prophet wie Mose. Übrigens hier, nicht dass ihr denkt, ich habe da jetzt sonst wie lange gebraucht, um diese Punkte aufzuschreiben. Ich habe das einfach mal so runtergeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist, beziehungsweise habe ich Johannes 1 noch aufgeschlagen, ein paar Punkte rausgeschrieben. Ich habe da jetzt nicht sonst wie geforscht, damit ich dreimal sieben weitere Punkte finde. Ich hätte wahrscheinlich noch nochmal dreimal sieben weitere Punkte und dann vielleicht nochmal dreimal sieben weitere Punkte finden können, die bei Jesus und Paulus bei den Lehren gleich sind. Die Lehre ist einfach dieselbe. Und hier habe ich jetzt aber einen Punkt, das habe ich aber absichtlich nicht rausgelöscht. Das ist ja, damit ihr seht, hey, ich habe jetzt nicht gemogelt, nicht geguckt, wie und was. Sondern Jesus ist ja Prophet wie Mose, das ist in Deuteronomium ganz klar, das ist im Alten Testament ganz klar, das ist bei Johannes 6, in dem Kapitel wird es glasklar, aber bei Jesus wird dieser, bei Paulus wird dieser Punkt nicht so ganz klar. Ich würde sagen, in 1. Timotheus 2, Vers 5 kann man es implizit verstehen, aber wenn einer sagt, hey, das akzeptiere ich nicht, dann muss ich sagen, okay, wenn du diese Stelle nicht akzeptierst als Beweis, verstehe ich, akzeptiere ich, aber die anderen dunkelgrünen Stellen sind glasklar. Auf Jesus wird in der Tora von Mose vielfach hingewiesen, sowohl im Evangelium wird es bestätigt, als auch bei Paulus. Die Lehre vom Abendmahl, auch hier ein großer Komplex eigentlich, ein großer Lehrkomplex, worum es, der hat ja viele Punkte in sich wieder, wo sogar die Worte des Herrn zitiert werden. Übrigens, Paulus behauptet ja, dass er das Evangelium nicht von Menschen empfangen hat, sondern dass er das Evangelium von Jesus selbst empfangen hat. Ja gut, das kann ja jeder behaupten. Woher soll man wissen, dass es stimmt? Dann fragt euch mal, warum Paulus wörtlich wissen konnte, was Jesus beim Abendmahl gesagt hat, denn er zitiert die Worte des Herrn, als Worte des Herrn. Woher wusste der die? Er war nicht dabei, er sagt, ich habe diese Botschaft auch nicht von den Aposteln empfangen oder sowas, sondern ich habe das von Jesus selbst gehört. Und unter anderem diese Lehre vom Abendmahl zeigt, jawohl, Petrus ist wirklich dem echten Jesus begegnet und der hat ihm tatsächlich die echten Abendmahlsworte mitgegeben. Er hat ihm wirklich diese Dinge gelehrt und deshalb gibt es zum einen nur Übereinstimmung zwischen der Lehre von Jesus und von Paulus als auch solche Details mit wörtlichen Zitaten. Ja, dann ist die Frage, wie viele Zeugen bestätigen Jesus Tod und Auferstehung? Auch das wird sowohl von Jesus noch mal oder im Evangelium noch mal deutlich, als es auch bei Paulus deutlich wird. Menschen sollen im Namen von Jesus getauft werden. Auch das, was Harun dann später dagegen aufbegehrt und diese Taufe offensichtlich sehr schlimm findet, fragt sich auch, warum. Kann er nicht leiden, aber offensichtlich ist es was, wo Jesus selbst den Aufruf gemacht hat. Geht hin und tauft. und Paulus sagt auch, ja gut, auf den Namen von Jesus soll getauft werden und dann Jesus ist aufgefahren in den Himmel und herrscht zur Rechten Gottes. Etwas, was wir in der Apostelgeschichte finden, bei den, oder in den Evangelien finden, aber auch bei Paulus. Also das sind jetzt nochmal neben den Punkten, die ich ohnehin schon genannt habe, die die Liste der sieben, oder die siebener Liste von Sertac ergänzt haben. Dazu habe ich hier nochmal dreimal sieben Punkte und lieber Sertac, ich könnte weitermachen. Wie kommst du auf diese Punkte, auf diese sieben Punkte, wieso behauptest du steif und fest, es gibt nur sieben Punkte, die Paulus von der Lehre von Jesus übernommen hat und dann bringst du lächerliche Punkte, wo die zentralen Punkte der Lehre und viel, viel wichtigere Punkte, als das jetzt Jesus seinen Bruder namens Jakobus hatte, das sind doch hier wie das Abendmahl, erhältst du das, erhältst du wirklich diesen Bruder Jakobus in der Aussage für wichtiger als das, die Lehre vom Abendmahl? Ohne Witz jetzt, das was ihr da gebracht hat in dem Video, das tut weh. Es ist so, so schlecht.